Die Montage von Kugelvollauszügen erfolgt in zwei Schritten. Schrauben Sie zuerst die schmale Seite der zweiteiligen Führungen an die Schubkastenzargen. Dabei sollte das vordere Ende bündig zur Frontblende sein. Wenn keine Bohrlöcher vorhanden sind, markieren Sie nun die Punkte auf der Korpusinnenseite, an denen Sie die breite Seite der Auszüge anbringen wollen. Die genauen Maße richten sich nach der Höhe und der Länge des Schubkastens. Schrauben Sie jetzt die Vollauszüge an den Korpus und schieben Sie dann die beiden Seiten der Führungen ineinander, bis der Schubkasten hörbar einrastet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017